Moin ihr Lungen, ich hoffe euch geht's gut. Folge 3, Mario Kart am Sonntag sind wir schon, die Jungs sind wieder versammelt. Die Rolex-Krone ist am Start. Jo, was geht? Danny, der allerechte Call, mein Call, Call. Das ist knapp. Und Master Scorpion auch am Stizzl, Mimisl. Ja, ich hab jetzt keine coole Begrüße bekommen, aber ich bin auch da. Ja, so richtig demotiviert, richtig. Wir spielen dasselbe wie bei dir, Monty, gerade. Auch gespiegelt wieder, es hat gerade Bock gemacht. Wir hatten heute, also der liebe Monte hatte tatsächlich ein paar Gäste gefragt heute, wegen Mitspielen. Leider hatte keiner Zeit, deshalb heute nochmal in der 4er-Konstellation. Aber ich hoffe, beim nächsten Mal haben wir ein paar Leute mit dabei, weil mit den Jungs hier halte ich es auch langsam nicht mehr aus. Sag ich. So, let's go, Monty. Ich bin ready. Heute tatsächlich fahre ich gar nicht so bad. Ich hoffe, das kann ich jetzt auch in meiner Folge euch zeigen. Nein, mach nicht so. Ficken werde ich dich. So wie du mich in meiner Folge gefickt hast, du Ficker. Ich habe gar nichts gemacht, ich bin unschuldig. Unschuldig, Tricks. So sieht es aus. Ich werde die ganze Zeit nur schwere Karten nehmen, die du nicht kannst. Nein, komm. Doch. Was ist das denn? Das Ninja-Dojo-Cast. Rein in den Bruch mit dem Red Hat. Mit Monte hat man keine Aufnahmesession oder auch kein Telefonat, ohne dass nicht jemand bei ihm schon ist oder jemand gerade sich anmeldet oder jemand klingelt. Der ist doch so. Ja, was soll ich dir sagen, Digga? Business is booming. Immer volles Haus bei dem Red Hat. Außerdem war gerade nur die Katze da. Ah ja. Ihm Muschmusch. Das war auch schon ein paar Mal passiert. Der geht es gut bei dir wahrscheinlich. Ja, die kommt aber noch mal vorbei. Sag hallo. Oh, die Tiere bei Monte leben besser als ich, sage ich. Ja. Das hatte ich im Gericht. Oh mein Gott. Das glaube ich nicht. Also, Karsten muss ich heute fette Props geben. Fährt wirklich einen auf. Jetzt auch mal in deiner Folge. Ich würde es genau aus deiner Sicht mal sehen, wie du hier performst. Ja, gerade leider nicht. Fünfter. Das ist wieder der Vorführer. Der Vorführer. Oh ja, richtig. Weil die Karte schwer ist. Ja. Das ist wirklich. Die Karte ist echt schwer. Sie wird auch immer schwerer, so von Runde zu Runde. Die ist super. Die Karte. Fällig. Ja, ist gut, ist gut. Da hast du doch da vier wichtig. Sack. Danach auch mal wieder einfacher Maps nehmen. Oh, das war wichtig nach hinten. Was tu ich hier? Oh mein Gott, Marcel. Habt ihr das gesehen? Ja, muss ja sein, Digga. Wenn du hier einen austeilst. Hast du einen Stern? Ja, jetzt ey. Okay. Also. Oh, kein Geschenk bekommen. Ja. Da kann man aber auch mal für Bremsen für das Geschenk übrigens. Das ist meistens immer worth. Ich weiß nicht mehr, wie man bremst. Äh. Äh. Ah. Also PS4-Controller. Bist du mit PS4-Controller? Nee, nee, nee. Aber damit wir nicht besser stehen. BX meinst du bei PlayStation? Ah, X. Ich mein, ah, perfekt. Scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Digga. Oh, Knister, okay. Nice. Du kriegst das doch schon. Boah, wie er hinter mir ist mit der roten, Alter. Ja, für Windschatten. Nur für Windschatten auch süß. Okay. Oh, Monte ist so weit weg, ne? Krank. Oh, Mann. Oh, ich hab so einen aufgefahren. Fehler gemacht, Digga. Schaut die Folge von Monte und Danny an. Ich bin da so richtig gefahren. Ja, ich werd mich da so reinlegen, deine Folge. Wichtig. By the way, die Reihenfolge heute. Monte, Danny, dann ich und dann kommt das. Was? Was ist denn hier? Einen für den Blauen mal jetzt hier? Oh, die Musch. Oh, Monte. Oh. Rene. Doch. Ja, aber okay. Ja, da kommt einer für den ersten. Ja, moin auf Platz vier. Einfach noch eine Rakete. Ja, ich hatte noch Spawnschutz, Danny. Oh, sie kommen zu spät. Ich nicht und ich nicht. Ja, und es ist so lächerlich, dass ich dann wieder letzter werde. Ich hab einfach Jungs auf den vierten Raketen und Marcel wurde sogar noch attackiert von einem Bot, glaube ich. Sie kommen zu spät, die drei Roten. Ist das krank. Wär auch unverdient gewesen. Ja, ey, also, true, true glücklich. Ich bin so schlecht gefahren. Es ist wirklich, kommt es mir hoch. Kommt es mir hoch. Wollen wir mal wieder eine leichte Map hier nehmen. Mach ich, Karsti. Gut. Einfach eine Karte, nehm ich auch. Ja, die geht. Regenbogel geht. Die Gruselwuselwiller. Keiner von uns nimmt einfach neue Maps, ne? Ist euch schon mal aufgefallen? Ja, was soll ich sagen? Ja, Anfänger freundlich. So ist gut. Marcel, mal eine kleine Wette. Oh, okay. 25. Und dann Huni fang ich nicht an. Ja, okay, dann viel Spaß. Frag doch mal Danny. 25er, Marcel. Ja, 25 habe ich mich dabei. Okay, 25. Geil, erste Wette mit Marcel Skorpion zu dem Morpion. Yes. Das wird auch direkt ausgecashed nach der Aufnahme, Marcel, in Zappungs. Digga, ich kicke kein Geschenk wegen Monte. Ist das gegangen? Ja, ich bin wieder schuld. Alles gut. Ja, nicht fahren die Scheiß-Zone. Also, Mensch, Carsten. Da stand doch gar nicht dein Name drauf, Digga. Ja, ich wollte halt kuscheln und dann hast du eine rote. Oh mein Gott, Digga. Nein. 25 Euro weg. Wir mussten nämlich wissen, liebe Zuschauer, Marcel kommt gar nicht mit dem Druck zustande, äh, zurecht. Oh, doch, Digga. Nein. Ich habe so ein Pech gerade wieder gehabt. Ach, Digga, pass auf. Wenn er jetzt hinten ist und schon die 25 Euro Minus sieht auf seinem Paypal-Konto, dann wird ihn das richtig mental brechen. Nee, Digga, wir werden auf jeden Fall nicht direkt auscashen. Wird sich schon einer angehäuft. Nein, nein, nein. Da wird sich einer angehäuft. Och, Digga, immer wenn ich Doppelgeschenk habe, ihr Scheiß-Bots. Ich habe eine rote Grad und eine Tröte. Ist das krank. Einen für den blauen jetzt mal, komm. Oh. Monte. 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 Ist ein Bot vor dir, Marcel? Ja, weil er ja auch einen Stern hatte. Du hast den Boost nicht bekommen, Bruder, ich kann nicht mehr. Warte. Nein. Doch. Doch, Monte. Nee. Du willst doch nicht. Oh, blaue? Egal, scheiß drauf. Nimm die blau trotzdem mit, du Wichser. Warte. Och, Mann, Carsten. Hey, Digga, ich war hier so eine sichere Sache, Digga. Nein, nein. So eine Bombenstimmung. Och, Digga, doch in den Öl-Teppich. Sattet ihr euch? Nein. Monte kassiert heute echt viel, Digga. Ja, richtig. Marcel ist sogar noch vor Monte. Ja, moin. Und, Marcel, ich höre. Ich habe mich doch beide überholt, Alter. Meine. Wir machen doppelt über nichts nächste Runde. Okay. 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 Okay, let's go. Okay. Oh, Jungs, Aufnahme läuft nicht. Ehrlich? Spaß. Digga, Jungs. So, dafür gibt es zur Strafe. Nein, Großstadtfieber. Abfahrt. Zur Strafe gibt es Bu-Hus-Tal. So, dann zuerst eine richtige Real-Life-Strafe, Digga. Bro, re-wap, die Map ist gruselig. Also, die ist wirklich schwer. Oh, Gott sei Dank kam die nicht. Bu-Hus-Tal. Die ist wirklich gruselig, die Map. Die Bombe eben, man hat die mit so viel Herz auf dich geschmissen. Ja, ich habe sie auch mit Herz gefangen. Mit Herz. Dritte Runde. Drittes Glück. Marcel, doppelt oder nix, oder was? Ja. Okay. Also, entweder 50 für mich oder schuldenfrei. Bis heute kann ich nicht dieses mit dem perfekten Start, ne? Bin da einfach zu doof hier. Sobald die zwei reinfliegen quasi, das ist das Beste. Das Einzige, was ich kann im Übrigen. Oh, die Banane, Montel, war das deine? Nee, das war meine. Das war der 50-Euro-Rettungswurf nach hinten. So wie die Grüne hier nach hinten, zack. Oh, wann habe ich die Karte das letzte Mal gespiegelt gespielt, Alter? Boah, die ist wirklich... Halleluja. Ui, ui, ui. Oh, mein Gott, what? Oh, Gott, ich fall runter. Es geht alles schief. Ich fall auch runter. So schön hier einfach auch sich zurückzulegen und gar nichts mehr zu machen. Und in der Folge fahre ich hier jetzt eine Aufnahme, wenn es bei mir... Also, das ist so krass. Ja, weil wir nachlassen. Weil unsere Aufnahmen nicht mehr an sind. Und ich bekomme sofort eine Tröte. Oh mein Gott, ich wollte den Stern gerade drücken. Jetzt bin ich auch noch im Terrar. Ich konnte es nicht mehr. Oh. Meine Tröte ist... Ey, wie unlucky, Bro. Ich wollte den Stern doch aktivieren. Das wäre einfach doppelter Schicksalsschlag. Oh, ich bin hier so weit vorne. Geils, glaub mir, was Leckeres. Oh, ich habe hier so einen Meter gemacht. Richtig. Ey, Wammann, oh. Oh, der arme Kastner fährt vorher so weit auf. Reicht ihr euch da vorne die Hand oder Marcel und Danny oder was? Nee, der ist viel zu weit weg. Ich bin... Ja, auch attackieren, alles nach vorne fallen. Was war's? Guck mal auf die Karte, Bro. Ich bin so weit weg. Hier wird schön einer... Da wird sich jetzt schön der Zweite versucht zusammenzulacken. Für Schuldenfreiheit. Hier, Marcel, hier. Digga, du hast drei Rote an deinem Arsch und machst nichts. Bro, der hat doch eh alles am Arsch da vorne. Bro, das ist Quatsch. Hier, kriegst einen nach hinten. Ja, ja, ja. Komm mal, ja, ja. Oh, mein Gott, ich hätte sie fast bekommen. Oh, ich fall runter. Ah. Oh, ich fall runter. Wichtige Rakete. Die für den Blauen ist gar nicht gut. Oh, Kast. Von mir. Ja, Kast kriegt natürlich die Rakete. Das ist so geil. Oh, das ist krass. Oh, mein Gott, was ist das denn für ein kranker Rakete gewesen? Scheiße, ich bin so bad. Oh, mein Gott. Mir schlägt die Faust den Versing ein. Ich kann das nicht. Oh. Dengar, was passiert hier gerade? Seit nach Don wieder? Oh, ich seh dich sogar wieder, Danny. Ich hab so einen Vorsprung gehabt. Das ist krank. Hier hast du noch eine für den Blauen aufs Lüß? Sie kann doch gerade. So, das Ding ist super zahlt. Das ist in der letzten Runde mal wieder passiert. Ich hab so einen Runde aufgespart, als du jetzt schweig hast. Danny, ach, Mann. Ja, komm. Ich bin genau hinter dir, hallo. Ja, wirklich. Also, ich hab... 50 Kröten gehen dem Marcel flöten. Das ist der Freestyle in dir, Boss. Ja. Bis zum Schluss lief's wieder gut, Digger. Und dann wieder so. Ich hab wirklich eine OP-Rakete bekommen. Das war wirklich eine Frechheit. Rakete auf dem vierten ist auch wieder geil einfach. Hm. Steht auch für leiste. Das soll man machen. Kann man nichts gegen machen. Das wird der Blätterwald. Alter, Danny, du bist so alt. So, ein Lübbel. So, viertes Rennen, viertes Glück. Marcel, doppelt oder nichts nochmal, oder was? Nee, nee, jetzt hab ich ja Angst. 25 schon. Nee, nee, nee. Dann Schuh anarbeiten. Auf süß. Nee, nee. In dieser Runde fahr ich jetzt gut, weil mit dem Druck kann ich wirklich nicht umgehen. Okay, dann merken wir uns. Ich hab noch einen Fuffi offen. Also, ja. Oh, eine Bowmit. Was ist das für eine Map, der hat die noch nie gespielt. Die ist richtig geil. Also, von der OP-Weg richtig schön. War schwer zu fahren. Super aus. War auch eine meiner Favoriten Karten aus dem DLC. Aber ich bin hier gewissen. Oh, ich kann hier auch die Map nicht. Gott sei Dank hat Marcel nicht gewettet. Oha, wie weit vorne werde ich denn gesetzt? Oh. Das war ja gerade richtig lucky. Oh. Montemus nicht? Die ist richtig schön, die Map. Das ist ja wirklich eine richtig schöne Karte. Digger. Oh, Bastard. Kurz vor dem Geschenk. Oh, gut. Oh, okay. Ihhh. Okay, ist aber lucky für Marcel. Nicht gewettet. Mhm. Eine für den Ersten. Gönnt euch, Jungs. Warte. Müt, müt. Oh, eine Tröte. Okay. Oh, wer war da mit dem Buh? Ach, Digga. Oh, der dritte Bumerang ist immer so schön weit. Ja, die übelste Reichweite. Auf Montemus angenäht. Oha, der war nicht schlecht. Oh. Die Map ist ultrageil, Digga. Auf jeden Fall. Aber ich will die auch schwer. Also sie ist geil, aber ist schwer zu fahren. Findest du? Ja. Also ich werde hier nie Erster eigentlich. Also online. Mann, du Bastard. Da ist die Bombe hin. Okay, Worte. Digga, ich. Wie kannst du so sein? Mann, Carsten hat dir wirklich... Digga, ist scherzfrei. Du wirst es genauso machen, Digga. Mann! Ich bin richtig guter Bumerangwerfer geworden. Zack. Dafür muss man nichts können. Okay, dann scheiß drauf. Ich denke, ich bin ein richtiger Pro. Ach, Mann! Aber Doppelpilz! Das ist ein Ding, Bro. Nein, 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 nein. Ja. Ich habe so Bock, Jux, nächstes Mal mit Gästen. Lass mal ein paar ran organisieren. Puff, ping. Ich sage immer, mit Red nächstes Mal ist es ich. Bitte. Mit dem Allerichten, Abfahrt. Die Map ist wirklich die schönste Map, Digga. Ist so eine Runde, Digga. Ich habe Knurl weggelegt. Ich sage, du Scheiße. Ich bin die, glaube, auch zum ersten Mal. Aber die ist recht simpel. Ich finde die auch nicht schwer. Ich finde die auch nicht schwer. Vielleicht, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. So, noch eine für den Blauen. Zwei ZZ. Nein, ich wollte doch die Banane noch rausholen. Wie mein Schwanz. Oh, wer ist noch auf der Zwei? Carsten, es tut mir leid. Was hast du denn? Das ist super falsch. Ach, Dögen. Der Nachthit kommt unerwartet. Eine Banane. Nur gehabt zum Abwehren. Oh. Oh. Okay, war ein Versuch. War ein Versuch. Oh. Könnte. Warte. Knapp, Alter. Und ich. Oh, war es knapp, Digga. Ich ziehe noch die Bombe. Es ist so. Ja, Marcel. Es ist so lächerlich, Digga. Wirklich. Reinfahren. Marcel Mox nach Scheiße. Digga. Wirklich. Carsten holt hier ein gutes Item nach dem anderen, Digga. Ja, sind wieder die Items. Es sind die Items, Digga. Schummel-Tricks. Na klar, die Items. Gutes Fahren. Setzt sich durch, Spätzle mit Leuch. Digga, die Map ist wirklich einer der schönsten Maps gewesen, die ich jemals gefahren habe. Sei ehrlich. Sie war so geil gemacht, Digga. 100%. 100%. Dann machen wir noch einen Minuten Black Screen, Grüße an der Wi-Fi-Serie und dann passt das. So. Gut, perfekt. Finde ich gut. Shield-Tisch. Fünfte Runde, fünftes Glück, Marcel. Wette. Geld ist Geld. Nee, nee, Digga. Ein Fünfer? Auf Süß. Ja, dann machen wir 25, komm. Okay, 25. Uiuiui. Ich komme mich schon wieder aufs Raketentricks auf dem vierten, dann wieder. Freue mich auch drauf, ja. Da sehe ich schon, wie er cast das dicke Banane am Arsch, Digga. Wie sonst im Swinger-Club. Oh, Mann. Der war ja gar nicht bad, Digga. Aber solche, ähm, enthaple-Biss-Mars, werde ich, die tue ich gar nicht, die tue ich gar nicht besuchen. Dafür habe ich überhaupt keine Zeit versorgen. Oh, Banane, Banane! Du, Carsten, du hörst dich, wenn du so schreist, richtig. Nee, ich habe gerade geschlehen. Hast du ein Feuer? Ja, bei meiner Aufnahme hat es nicht. Oh mein Gott, du Bastard, Montel. Ich muss mal auf Discord einstellen. Die Bombe war gut gelegt, leider. Ja. Ja, der ist wirklich ein guter Bombenleger. Also ohne Scheiß jetzt. Montel ist super... Nee, nee, Danny ist aber noch schlimmer, sag ich dir ehrlich. Danny ist, was das angeht, wirklich noch viel, viel ätzender. Du kannst dich aber auch wirklich... Ach, Digga. Du kannst dich dagegen machen, das ist das Ding, ne? Ja, du kannst dich halt so legen, dass du dich ausweigen kannst. Okay. Ich treffe Danny keinen Geschenk. Digga. Digga, Carsten, wie lange hast du denn den Scheiß-Blitz? Was für ein Blitz-Stern meinst du? Mein ich, mein ich, sorry. Oh nein, Marcel, der will die 25 Kröten. Ja, ja, das wird mir eh noch zum Verhängnis. Hast du wieder das Einzelgeschenk genommen? Uh, ich werde jetzt bleiben, pass auf. Ja, aber ich bin halt Mr. Einzelgeschenk. Oh mein Gott, das war eine gute Banane sogar. Ach, Danny, also wirklich, du bist so ein Ehrenloser. Ich hab mich fast mit der Banane selber gestattet. Ja, ich hab's gesehen, ja, ich hab's gesehen. Oh, ist das spannend. Oh, eine vom Blauen, oh mein Gott. Nein, Bro. Nein! Ja, wie? Wie peckt was denn? Nein! Das hat man so eine scheiß lange Nase. Hat man wenigstens die Blaue gesehen bei dir in der Aufnahme? Ja, klar hat man die Blaue gesehen. Ich war genau neben dir. Ich hab die auch kassiert. Nein, Digga, das ist ja wirklich krank. Ich war erster bis zum letzten Quadratmeter. Ich schreibe kurz in die iPhone-Notizen. 75 Eugen im Plus. In Klammern, jubbezaukt. Digga, also das ist kriminell, Digga, wirklich. Jeseland Abfahrt. Auch eine geile Karte hier? Digga, Danny, was nimmst du für Karten? Ich hab die noch nie gesehen. Du hast dir gesagt, keiner will DLC-Karten. Da kommt sie nicht auch an die Haut. Sie ist schwer. Oh, ich lieb die Wetten bei euch beiden, Marcel und Carsten. Ich lieb die bei euch. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Irgendwann gewinnst du. Ja, Digga. Ich will gar nicht drüber reden. Letzte Runde. Minus wird mir stinken. Ja, muss auf 50 Runden. Alles oder nichts wäre das jetzt so dieser Moment. Ja, ist auch so. Marcel, kleines Angebot, ein Fünfer. Bei mir, bei mir, bei mir in der Aufnahme gleich wird dann zurückgeschossen. Okay. Okay, 75. Ja. Da kann man auch mal einen, da kann man wieder ein Stream ausfallen lassen, sag ich. Na? Na, nicht wirklich. Nee. Digga. Aktuell, man merkt so krass, die Leute haben so heftig Weihnachts-Money bekommen. Ey, ist das lächerlich. Die Sub-Booms sind so am fliegen. Merkst du auch, Danny? Bei mir ist es immer, Bro. Also ich habe wirklich immer viele Subs. Also bei mir das ganze Jahr über eigentlich. Schaut jetzt. Was hast du gerade mit viele? Ja, nee, geht so an sich, dass halt viele reinkommen würden. Achso, achso. Weil das so lange anders fielst du das noch nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht sehr lucky. Wer hat die Abkürzung nicht genommen? Ich nicht. Hinter mir? In der Luft, Karsten, Axel? Hab Angst. Hä? Auf dem sechsten bin ich mal entspannt. Och, Digga. Gerecht. Ich kriege wieder das einzelne Geschenk. Oh, Karsten, du bist so leid. Verzeih mir. Verzeih mir. Oh, Karsten, du bist krass. Nacht, Danny. Iiiiihihi. Danny. Ach, Digga. Was ist denn hier alles wieder am Reinknallen? Hat die doch jetzt kommen, die letzte? Ach, ja, hat sie. Meine Fresse, Digga. Jetzt kriege ich eine Tröte. Auf Madeira mal wieder ordentlich eine auf die Fresse habe ich das Gefühl. Oh, macht Yogo schon. Habt mir schon den Friesing ein. Wieso denn das? Ich weiß. Ach, Danny, du hast schon wieder Gott sei Dank. Also, Gott sei Dank wetten wir gerade nicht. Danny hat bestimmt mich schon die Runde mit 20 Sachen getroffen, ey. Ja, und Donkey Kong. 21. Och, Mann, jetzt töte mich. Ah, nee, das war die Sache. Danny! Weißt du, geht's noch oder was? Kein Geschenk. Ich weiß nicht, Bro. Ich würde es nicht machen, wenn ihr wetten wollt. Na, ja, ja. Obwohl da ist, richtig? Oh, die kriegt wieder das einzelne Geschenk, nur. Ja, besser wird sie wieder. Oh, hier sind mehr Bananen als keine Ahnung, Digga. So, Blitz. Was ist das in der Blutzutrunde? Oh, ich habe jetzt zwei blaue schon gefressen. Ey, Mann. Das kann doch einfach nicht wahr sein. In der letzten Sekunde Schicksalsschlagrunde. Ich werde vom Bot überfahren. Da, Rote. Oh, oh. Ey, das ist so lächerlich, was hier gerade abgeht, Digga. Wow. Ja. Digga, es ist so lächerlich. Es ist so unverdient. Oh, ey. Hast du wieder Rakete? Nicht wieder mit der Rakete. Ich werde wieder gewettet. Marcel, das gibt's nicht. Gott sei Dank hast du nicht gewettet. Arsten, wieder auf dem Kieren. Rakete. Danny, hinter mir Rakete. Carsten, hinter mir Rakete. Danke. Rakete in dein Arschloch. 69 Points. Das, was ich mit deiner Mom mache. Yippie. So. Zack, zack. Damit ihr es auch seht. Ups. Cam gemoved. Jawohl. 69 Points. Danny auf der 1. Monti auf der 2. Ich mit 69 Points auf der 3. Und Marcel, wie heute, glaube ich, die ganze Zeit auf der 4. Weil 4 steht so live. Ja, ich habe jetzt alles aufgespart. Pass auf. 75 Eugen im Plus. Marcel hat die nächste Folge. Danke für die Runden, Jungs. Hat sehr gebockt wieder. Dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Hoffentlich diesmal dann mit Gästen. Sagt noch Tschüss, Jungs. Ciao. Kurs geht raus. Schreibt mir ein paar geile Kommentare. Jalla. Kurs geht raus.